Das Internet kocht, wir müssen reden. Hi Leute, heute sprechen wir mal über ein Drama, das sich auf dem CSD Berlin ergeben hat. Nina Queer und Desiree Nick hatten sich miteinander über Social Media gefetzt. Außer dafür war ein Clip, in dem man sieht, dass Desiree Nick einem Ordner auf dem CSD den Mittelfinger zeigt. Das Ganze war ursprünglich in der Story von Sam Dillon zu sehen, die dann eben von Nina Queer gerepostet wurde. Und auch die Kommentare, die man jetzt gleich in einem Clip sehen wird, sind noch von Sam Dillon. Der meinte nämlich, Liebe ist hier, besser als jede Reality-Show. Und Nina Queer hatte eben diese Story genommen und dann nochmal gerepostet. Kommentiert wurde das Ganze dann mit, ja Wahnsinn, das spiegelt doch wunderbar den Charakter von Desiree Nick wieder. Schatz, wenn du nur zum CSD kommst, um dort arme Ordner und andere Menschen zu beschimpfen, bleib doch einfach zu Hause. Dass Nina Queer sich gerne in den Drama involviert, ist ja nichts Neues. Es wurden noch mehr Sachen gepostet, wie zum Beispiel hier ein Ausschnitt aus einem Artikel und da steht dann Stinkefingerausraster beim CSD. Desiree Nick legt sich mit Security an und macht Nina Queer Vorwürfe. Und da geht es dann eben darum, dass Desiree Nick auch geantwortet hatte und sich verteidigt hatte. Das wiederum wurde damit kommentiert, warum bekomme eigentlich immer ich die Schuld dafür, wenn in diesem Land jemand schlechte Laune hat, vertrocknet oder frustriert ist. Würde man jetzt nur den Clip so sehen, ohne Kontext, könnte man tatsächlich denken, was geht bei Desiree Nick ab. Allerdings hatte sie eine relativ plausible Erklärung dafür, warum es zu diesem Moment kam. Und dass es eben nur eine Momentaufnahme war und man nicht weiß eben, was davor passiert ist, wenn man nur diese Aufnahme sieht. So meine Lieben, es gibt im Nachklang zu dieser wunderbaren Pride-Veranstaltung tatsächlich Leute in der Community und auch bei den Medien, die diesen großen Erfolg nutzen wollen, um Hate über die Menschheit zu ergießen. Und sie finden Leute, die auf diesen Zug aufspringen. Und deshalb jetzt zur Anfrage der Abendzeitung von Herrn Geiselhardt, meine Antwort hier direkt an euch. Ich habe auch versucht, den Mann von der Abendzeitung anzurufen. Es geht keiner ans Telefon. Wir machen jetzt alles offiziell. Es hat offiziell begonnen und es wird auch offiziell zu Ende geführt. Ein Ordner wollte mich nicht auf den Truck lassen, auf den ich bei der Bild-Zeitung eingeladen gewesen bin. Derselbe Ordner hat mir verwehrt, mich meinem Kollegen Manuel Flickinger zu nähern, der vor dem Truck marschiert ist, um mit ihm Fotos zu machen und als Gast des Bild-Trucks bei der Parade für die Presse und das Publikum zu arbeiten und zu posieren. Während wir dann, weil sich der Ordner entfernte, die Bilder doch noch machen, holte dieser Ordner einen anderen Ordner. Beide traten von hinten an mich heran, rissen mich mit Gewalt von Herrn Flickinger los und haben im Umgang mit mir körperliche Gewalt angewendet. Dies wurde von Sam Dillon gefilmt. Nina Queer hat sich darauf gestürzt, diesen Clip zu verbreiten, Hass zu schüren und ich bin entsetzt, dass es blinde Menschen gibt, die sich bemühen, wo auch immer es geht, auf irgendeine Weise Hate unter der Menschheit zu entfachen. Selbstverteidigung gegen körperliche Gewalt auf einer friedlichen Parade wird ja wohl noch erlaubt sein. Ein freundliches Wort dieses Ordners wäre eine Möglichkeit gewesen, die Debatte zu schlichten. Der Ordner hat auf ein freundliches, schlichtendes Wort verzichtet oder gar auf einen Kommentar mit Humor. Und er hat sich für körperliche Gewalt und übelstes Vokabular und Beschimpfungen entschieden. Und sie ist mit dieser Darstellung auch nicht alleine. Es gab andere Leute, die ebenfalls die Situation beobachtet oder auch in diese involviert waren, die sich dazu geäußert haben und ihre Form der Geschehnisse auch nochmal bestätigt haben. So wurde hier zum Beispiel gesagt, Liebe Nina, als allererstes muss ich erstmal loswerden, dass der Ordner sie auch nicht nur ansatzweise hätte anfassen oder anpacken dürfen, denn scheinbar findest du das Ganze ja irgendwie lustig. Sowas nennt man auch Körperverletzung, aber gerne erkläre ich dir, was passiert ist, bevor du jemandem zu Unrecht in ein schlechtes Licht rückst, der sich seit Jahrzehnten für unsere Community einsetzt. Dann ein paar Leute markiert und ich sind runtergegangen vom Truck und Desiree Nick wollte zu Manuel Flickinger und währenddessen habe auch ich mitbekommen, wie unglaublich aggressiv und respektlos der Ordner war. Nicht nur ihr gegenüber, sondern auch mir, weil ich in diesem Bereich stand. Sie jetzt so dazustehen lassen, als würde sie dort für schlechte Stimmung gesorgt haben, nur weil sie sich auf ihre Art und Weise gewehrt hat, ist einfach nur erbärmlich. Ich habe selten eine Heterozissfrau erlebt, die auf einer Pride so viel Queerness, Lebensfreude und Spaß um sich gestreut hat. Bevor man in Zukunft Dinge in die Luft posaut und keine Ahnung hat, sollte man einfach mal die Klappe halten. Und Manuel Flickinger, der ja hier auch markiert war, hat ebenfalls eine Stellungnahme gepostet und meinte, meine Lieben, hiermit äußere ich mich zu dem handgreiflichen Zwischenfall bei Desiree und mir beim CSD Berlin durch einen Ordner. Desiree war irgendwie bei mir vorne am Truck und wir haben uns unterhalten, Fotos und Videos gemacht und einfach nur friedlich die Pride gefeiert. Martin, Angelo war auch dabei und hat mit uns gefeiert. Plötzlich und total unerwartet wurde Desiree mir von einem Ordner mehrmals weggerissen und aus der sogenannten Pole Position mehrmals rausgeschubst. Ich hatte echt Angst, dass sie noch hinfällt und war total entsetzt und sprachlos. Ich bin dann noch zum Ordner hin und fragte, ob er wisse, dass das Desiree Nick ist und dass sie auch Gast und eingeladen ist beim Build Truck. Er sagte nur ja, das wisse er, aber sie hat hier vorne nichts zu suchen. Man hätte das auch definitiv friedlicher lösen können mit Worten und ohne Handgreiflichkeiten. Ich finde es einfach mega schade, dass wir diesen Moment nur kurz zelebrieren konnten. Was auch total nicht geht, ist, dass in diesem kursierenden Video nun schlecht über Desiree geredet wird. Leute, die nicht dabei waren und keine Details kennen, haben überhaupt nicht über irgendwelche Videos zu urteilen. Be proud, be kind, send love, kann ich da nur sagen. Die Ordner auf dem CSD dieses Jahr waren sowieso ein ziemlich großes Thema. Es gab wohl mehrere seltsame Vorfälle mit Leuten, die dort eben ja angeheuert wurden. Es wurde anscheinend auch beobachtet, dass einige deutliche Nazi-Symbolik tätowiert hatten und sowas. Also das ist schon richtig crazy. Aber man muss halt einfach sagen, klar, es passt halt null zum CSD und generell sollte es überhaupt gar nicht zur Gesellschaft passen. Aber die Leute, die dort arbeiten, die in diesen Firmen arbeiten, sind ja oftmals aus gewissen Szenen. Also wir brauchen nicht so zu tun, als wäre das Security-Business nicht in fester Hand von gewissen Gruppierungen und sowas. Da sind Clans dabei, da sind irgendwie Hells Angels dabei, was weiß ich alles. Und ja, all diese Leute sind ziemlich rechts und super homophob etc. Also ist natürlich blöd, wenn dann diese Leute auf diesen Veranstaltungen unterwegs sind und dort eigentlich für Sicherheit sorgen sollen und dabei aber halt super menschenfeindlich sind. Das Ganze ging so weit, dass die Seite vom CSD Berlin jetzt wirklich ein Statement dazu gepostet hatte. Vielleicht interessiert es euch, deswegen nehme ich es jetzt einfach mal mit rein. Und da stand dann drinnen, Statement des Vorstands des CSD. Der Berliner CSD ist entsetzt über den Einsatz von Security-Mitarbeiter und Ordnern mit rechtsnationalen Tattoos durch zwei Wagenbetreiberinnen bei der diesjährigen Demonstration. Rechtsextreme und kürfeindliche Meinungen, Aussagen und Symbole stehen im kompletten Gegensatz zu den Werten, Forderungen und Botschaften des CSD und der Demonstration. Wir wenden uns gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Der Berliner CSD e.V. als Organisator der Demonstration trägt keine Verantwortung für den Einsatz dieser Mitarbeiterin. Teilnehmer mit einem Fahrzeug sind selbst zuständig und verantwortlich für die Stellung der notwendigen Ordnerinnen für das Fahrzeug. Die Anzahl der Ordnerinnen pro Fahrzeug gibt die Berliner Polizei vor. Da jeder Fahrzeugteilnehmer für den Einsatz selbst verantwortlich ist, wissen wir als Organisator nicht, wer welchen Dienstleister oder welches Personal nutzt. Aus den beiden bisher bekannten Fällen wissen wir von keinem weiteren. Wir rufen dazu auf, sich dringend bei uns zu melden. Sollten weitere Fälle bemerkt worden sein, damit wir dem schnellstmöglichst nachgehen können. Wir werden in der Anmeldung für das nächste Jahr noch einmal auf unsere Null-Toleranz-Politik hinweisen, wenn es um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit jeder Art geht. Und die Wagenbetreibenden bitten, ihre Ordnerinnen mit höchster Aufmerksamkeit und größter Sensibilität auswählen und auf den CSD vorzubereiten. Und bei den hier genannten Vorfällen ging es halt um die zwei Typen hier mit diesen jeweiligen Tattoos, die natürlich sie deutlich als Teil der rechten Szene kennzeichnen. Dies war jetzt wohl bei Desiree Nick speziell nicht unbedingt der Fall, aber generell war, was die Sicherheits- oder Security-Leute auf diesem Event anging oder dieser Demo anging, einiges am Argen. Was denkt ihr über das Ganze? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Schreibt es mir jetzt gerne unten in die Kommentare. Ich werde gleich da runterkommen und ganz genau nachschauen, ob ihr das auch wirklich getan habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye!